Hallo zusammen, ich erkläre dir heute, wie wir den Zinssatz berechnen. Die Zinsrechnung ist ziemlich mit der Prozentrechnung verwandt, nur die Begriffe sind etwas anders. In meinen anderen Videos Prozentrechnung für Dummies in meinem Ordner in der Playlist Mathematik für Dummies findest du viele Videos über Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz. Der Grundwert wird zum Kapital, der Prozentwert wird zu den Zinsen und der Prozentsatz wird zu einem Zinssatz. Dazu kommt die Zeit, anteilmäßig Zeitrechnung auf Monate oder auf Tage, gibt es auch ein Video davon. Das machen wir jetzt aber nicht, wir rechnen nur jetzt mal mit den Jahreszinsen aus. Wir machen das wieder mit zwei Beispielen und mit der Methode Preissatz und Formel. Beispiel 1 Für ein Sparguthaben in Höhe von 420 Euro wurden 16,80 Euro Zinsen gezahlt. Wie hoch war der Zinssatz? Wir haben das Kapital gegeben mit 420 Euro und wir haben gegeben die Zinsen mit 16,80 Euro und gesucht ist klein p, der Zinssatz. Zwei Möglichkeiten Drei Satz und die Formel Was du verwendest ist egal, beides führt zum Ziel, der eine kommt im Dreisatz besser zurecht, der andere mit der Formel. Dreisatz 420 Euro Entsprechend die 100% Wir rechnen runter auf 1 Euro Also das Ganze auf der linken Seite geteilt durch 420 Wenn ich es links mache, muss ich rechts auch machen, geteilt durch 420 Mein Taschenrechner hilft mir dabei 0,238 Am besten die Zahl im Taschenrechner lassen, dann wird es einfacher Wir wollen nicht 1 Euro wissen, sondern 16,80 Euro Also muss ich auf der linken Seite von 1 hoch mal 16,80 Euro Und das Ganze auch auf der rechten Seite Sind dann ungefähr 4%, 3,999 und so weiter 4% Zinsen Mit der Formel Die Grundformel ist die Zinsen gleich das Kapital mal der Zinssatz Ich muss die Formel umstellen, weil der klein p gesucht ist Klein p ist also die Zinsen geteilt durch das Kapital Also die 16,80 Euro Geteilt durch 420 Kommt raus 0,04 Und 0,04 sind 4% Also vom Dezimalbruch auf Prozent sind 4% Zweites Beispiel Für ein 50.000 Euro Sparguthaben Muss nach einem Jahr 55.000 Euro zurückgezahlt werden Wie hoch war der Zinssatz? Hier wieder gegeben und gesucht Gerade wenn man vermischte Aufgaben hat Ist es schwierig, das dann rauszufinden Also immer bitte hinschreiben am Anfang Kapital 50.000 Meine Zinsen, die ich gezahlt habe, sind jetzt 5.000 Weil ich nach einem Jahr 55.000 zurückzahlen muss Also 55.000 minus die 50.000, was ich an Sparguthaben habe Die Differenz in meinen Zinsen sind 5.000 Euro Gesucht der Prozent oder Zinssatz in dem Fall 50.000 Euro Entsprechend 100% Wir rechnen auf 1 Euro runter Geteilt durch 50.000 Rechts ebenfalls 0,002% Unser Ziel sind die 5.000 Euro, die wir an Zinsen zahlen Mal 5.000 hier, mal 5.000 dort Bin ich bei 10% Die Formel Klein P gleich Z durch K 5.000 Euro Zinsen Geteilt durch die 50.000 Sind 0,1 Und 0,1 sind 10% Also wenn du die Formel rechnest Bitte nicht 0,1 da stehen lassen Sondern der Zinssatz ist dann 10% Das heißt du musst es dann umwandeln Vom Dezimalbruch in Prozentangabe Wenn du weitere Probleme hast Schau gern nach in meiner Playlist Mathematik for Dummies Sind viele andere Themenbereiche bereits behandelt Gibt es viele Videos Vielleicht findest du das eine oder andere Was dir auch hilft dabei Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß dabei Tschüss